Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du wachst es, Thor zu bedrohen und das mit einer so mickrigen Waffe! Was? Er hat mich genervt! Wo ist er hergekommen? Name? Er sagte sowas wie, äh, Thor? Also wisst ihr, für einen durchgeknallten Obdachlosen ist er echt heiß. Wie bist du in diese Wolke geraten? Und wie schaffst du es, tonnenweise Kekse zu verdrücken und danach immer noch Hunger zu haben? Ein gutes Geschäft! Mehr davon! Das poste ich auf Facebook, bitte lächeln! Eure Vorfahren nannten es Magie. Ihr nennt es Wissenschaft. Ich komme von einem Ort, an dem es ein und dasselbe ist. Aber wer bist du wirklich? Das erkennst du noch früh genug. Oh nein, hoffentlich bist du kein Irrer. Schwörst du, dass du das Leben der Unschuldigen beschützen wirst und in Frieden wahren? Ich schwöre! Ich werde diese Gattung auslöschen. Du könntest sie nicht einfach alle umbringen! Dann stirb mit ihnen! Diese Menschen sind unschuldig. Ich habe nicht vor, heute zu sterben. Ich werde zurückkehren. Du hast keine Ahnung, was deine Taten entfesseln. Du hast keine Ahnung, was deine Taten entfesseln.